hallo freunden des gepflegten campings etwas wie dieses hier kennt ihr sicherlich schon jetzt gibt es auch kostenlos zum runterladen bei dinkiverse das wird letztendlich in die öffnungen hier eingehakt und sorgt dafür dass die tür in der mitte stehen bleibt jetzt haben wir aber zwei kinder und die acht nicht immer darauf wie sie die tür benutzen deswegen gibt es hier etwas kleines das kann man auch nur mal temporär einsetzen das hält quasi magnetisch an der schiene fest und hat einen entscheidenden unterschied es ist so dass wenn sie die tür kommt kann sie da quasi positioniert werden und rutscht auch nicht zu wenn man allerdings mit viel schwung darüber geht dann geht das in beide richtungen wunderbar letzten endes wenn man nicht daran denkt geht auch nichts kaputt